Er berugelt ein bisschen zu Ghost Recon Wildlands Ich wollte Schäfchen sagen, aber das ist ja ein Hühn Das hat da eine Waffe im Arsch Und noch ein Huhn Gibt es Eier von denen? Ja, wir sind ja beim letzten Mal gnadenlos gescheitert, wir hatten ja keine Kugel mehr am Lauf Und sind deswegen, äh, erst einmal Boah, ey, warum gucken wir uns auf einmal? So, erstmal holen wir uns ein Auto hier Boah, die sehen ja nett aus Ach, sie sind Rebellen, okay Oh, eine kleine Gun hat da drauf Oh, Alter Der hat den einfach umgefahren Das interessiert ihn auch nicht Oh, meine Kleidung ist ein bisschen schmutzig Ja, ja, war beim letzten Was freuen die denn jetzt hier schon wieder? Ah, da, wir nehmen aus dem Pick-Up hier Alter Ja, sehr gut Hier, danke sehr LKW, meine ich, ne? Alles klar, Leute Kommen alle mit rein, so Radio hier erstmal aus Alles gut, fahr los Na, wollt ihr nicht rauf? Okay, kann nur einer mitspielen Ähm, mitfahren Ja Also Letztes Mal ist ein bisschen abrupt geändert Ähm, ich konnte danach leider auch nicht mehr Oh Holy Shit Ich konnte danach auch leider nicht nochmal rauf Weil Ähm Alter, in die Kurven zu gehen Das ist hier schon Macht hier echt Spaß Ähm, weil die Server dann leider down waren Äh, das war so gewollt Abkürzung Oh Kein Problem Ja, wir wollten hier sowieso aussteigen Das ist nämlich ein guter Parkplatz hier So an der Kanadisation Und wir sind jetzt nämlich auch Sogar ein bisschen näher gekommen Am besten ich versuche mal auf der Straße zu bleiben Warte, warte Wieso können wir den denn nicht nehmen? Ah, jetzt geht's Wie sind die anderen eigentlich so schnell hier, äh Reingekommen? Ja Na, sag mal Kommt doch mit Kommt doch mit Wahnsinnig Die haben schon Angst vor meinen Fahrkünsten Vermute ich mal Da sind die doch richtig geil Hier Serpentin liegen mir Ja Und deswegen, äh Konnten wir auch nicht Oh Schei Alter Schwede Also mit dem Autofahren Müsste ich hier echt noch lernen Oh, zum Glück ist dem beiden nichts passiert Nein Was mache ich denn? Ja Tut mir leid Tut mir leid Ey Die fahren hier aber auch wie die Henker Egal Also nicht, dass wir jetzt besser fahren würden, aber Wir fahren jetzt ganz vorsichtig Ganz in hohe Um die Kurve Ja, hier Wir wollen keine Menschen mehr verletzen Nur Bösewichte Okay Ein paar Abkürze können wir auch noch nehmen Oh, nahgelegener Einsatz Können wir mal noch gucken Amarus Rettung Ist das hier? Ja Ja, machen wir ja gleich Machen wir gleich Im Anschluss Ja Ist leider Quasi Ja Hätten gleich gerne weitergemacht Und wir haben nämlich auch geschafft Das Lager denn Fertig zu machen Naja Vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal wiederholen Die Arschgeigen Ich würde gerne mal wissen Wart mal Jetzt muss ich schnell nochmal nachgucken Welche Waffen wir jetzt haben Okay, wir haben nochmal unsere Anfangswaffen Und das Auto, das sieht auch Oh, Simultanbeschuss So Kuh Okay Erneut Kuh Um Simultanbeschuss durchzuführen Na, kommst du mit? Kommt mit Kommt mit Einsteigen Aha, wenn ihr nicht wollt Wo die auch immer so schnell herkommen, ja Kann man hier nicht irgendwie abkürzen Das sieht auch nach einem ganz normalen Weg hier aus Jawohl Hier ein bisschen Hat sie auch Allradantrieb Das Kartell greift hart durch seit unserer letzten Aktion Wenn sie uns damit aufhalten wollen War das ein großer Fehler Das war die letzte Aktion Ja, noch gar nichts gemacht 900 Meter ist das Ziel Aber ich bleibe dabei Das sieht hier auch echt schön aus Meine Fahrkürze sind auch vollkommen genial Immer noch Hier können wir jetzt richtig schön nochmal driften Kurz vorm Abgrund Ja, das macht Spaß Das macht Spaß Hier auch Das war ein bisschen gefährlich hier Wir können ja mal kurz hier ein bisschen die Landschaft genießen Mit den Bergen Das sieht schon echt schön aus Muss ich ja sagen Aber wir sind hier am Ziel angegangen Jetzt müssen wir mal Ganz in Ruhe Hier reingehen Okay Was haben wir hier? Gehe in Position Bin schussbereit Dass sie es auch nicht merken, ja Das sind auch richtig gute Wachleute Was haben Ach, das sind ja echt Schweine Ich sehe einen Scharfschützen Hier ist Ziel Nummer 5 Die haben die Leute aufgeknüpft Glaubt ihr es? Oh Ah, da habe ich mich erschrocken Aber das ist ja unser Boy Unser Boy Umgelegt Okay Hat nicht ganz so gut geklappt Aber wir haben sie erreicht So Haben wir noch mehr Leute Einzelne Das macht 5 Das sind echt ne Menge Da haben wir auch nochmal 2 Da ist noch einer Macht 10 Alter, die Kartellboys hier Die haben echt Die werden dich sehen Die haben echt ihr Personal Aufgestockt Das war's mit ihm Ich hoffe, da war nicht noch einer Okay, alles ist gut Das war echt knapp Das war's mit dem Geschäft ist Geschäft Wenn einen Tag der Richtigste Mit dem Geil gemütlich Am nächsten Tag Gibt sie mal ein Tastiner Los Alles klar Dann gehen wir Dann haben wir unser Team Hier zu uns So, da haben wir auch nochmal einen Wir sind jetzt bei 10 Ja Okay Ziele markiert Auf dein Zeichen Bleib stehend, bevor sie dich sehen Tango ist tot Was haben die denn da jetzt gemacht? Warum? Greife an Alter Äh, ist das Team echt Bereit? Feuer, Feuer, Feuer Alles klar Ganz vorsichtig Schade, ey Ich dachte, ich könnte hier schön Alle heimlich ausschalten Aber nein Ist hier jemand oben gewesen? Er ist tot Tango ist markiert In Bereitschaft Okay So, wir rennen jetzt mal vor Ach da Uiuiuiui Feind getötet Okay Mit den Symbolen ist manchmal schon ein bisschen Okay Okay, wir versuchen jetzt erstmal den Scharfschützen hier zu bekommen Ähm, ich weiß, wie ich hier hochkomme Kann man irgendwie im Nahkampf den auch ausschalten? Zeige dir um weiteres Leben nachzudenken, Kumpel Sueltame, pendejo Geil, Geil, Geil Ach, okay Schlagen wir ihn erstmal nieder So Und holen uns diese geile Sniper Wir können jetzt unseren Boys hier Richtig schön Unterstützung geben Wohl auch nicht Ich kann ihn nicht mal richtig sehen Okay, äh, 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 raus Abschuss Haben Verluste Was? Oh, nein Mein Team So darf das nicht gehen Nachladen, ja Nach dem Desaster vom letzten Mal Okay Haben sie ihn? Haben sie ihn? Haben sie ihn? Ja, wohl Okay, ich kann leider nicht fast gehen Noch mehr? Das ist ein Treffer Brustkorb Alles klar Für den Moment sah es ziemlich eng aus Können wir hier jetzt irgendwas mitnehmen oder so? Oh Machen wir erstmal ein goldenes Schloss kaputt Gut, wir gehen hier rein Was haben wir hier? Kleiderschrank Vielleicht könnte man hier normalerweise einen befreien Können hier erstmal klettern auf so eine Art Opferaltar Oder schreien? Oder schreien Recht schäbige Bettchen Wenn man bedenkt, dass die sich doch mit ihrem Drogengeld hier bestimmt eine Menge kaufen könnten Naja, egal Erstmal nachladen Hier unsere geile Sniper Können wir hier gleich Screenshot machen So Und Schweinchen Ein bisschen Hunger haben wir wieder Oh Haben sie geröstet Ach da Da ist das blaue Symbol Dann gehen wir mal zu der Waffenkiste Hier ist deine Waffenkiste Oder kann ich gebrauchen So, was haben wir da? Vertikaler Handgriff Können wir das jetzt hier auch ran machen? Ja, und wie mache ich das jetzt? So Ähm Ähm Teile neu Unterlauf Ja Okay Na, warte mal Handbarkeit Das ist ja krass Also ich glaube da kann man ganz schön Krass die Waffen Ähm Kleinteilig design Beziehungsweise Ähm Dort Ähm Ähm Da ordentlich Ähm Ja Kombinierungssachen Mit vornehmen Ähm Ein bisschen Geld Könnten wir eigentlich auch gebrauchen Ne So Aber Munition reicht uns ja auch erstmal So Na denn Boys Geht Oh Ne Helikopter Okay Bevor wir den Hauptauftrag machen Holen wir uns ne Helikopter Wartet ihr die ganze Zeit hier? Warte Wir sind zu weit auseinander Wenngleich Wir wollen nicht hier weiterfahren Vertrauen und CIA Würde ich nie zusammen in einem Satz verwenden Wo sind die denn? Wenn die uns verraten müssen um ihren Arsch zu retten Tun sie's Tun sie immer Ist ne verrückte Welt Nein Es ist wie es ist Ich bin noch immer gut gegangen Mit Nemar Nemar So Kannst vorbeifahren Witz nicht Ja wisst ihr was Wir machen jetzt hier erstmal Ne kleine Pause Und machen dann gleich weiter Mit dem Helikopter Und dann hoffentlich auch bei dem HM Auftrag Ja also Bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Macht's gut Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.